Ja moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch zu einem neuen Video von One Piece Treasure Cross und ja das Blitz Battle ist vorbei, wir haben unsere Nachrichten mit unseren Preisen bekommen ich konnte mir zwei Legends sichern, ich konnte leider nur einen Tag farmen aber wie gesagt ich konnte mir zwei Legends bei den guten Luffy Senpai sichern und ja schauen wir einfach mal was ich bekomme, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare wenn ihr rote Poster bekommen habt, was ihr bekommen habt, ich bin mal gespannt was der ein oder andere bekommen hat und ich bin auf jeden Fall mit meinen zwei Gratis Legends, würde ich jetzt mal dazu sagen, die ich bekommen habe zufrieden, natürlich weiß ich noch nicht wenig bekommen habe aber ich habe auf jeden Fall schon mal zwei Gratis, deswegen ist das schon mal nice wie gesagt ich konnte leider nur einen Tag farmen, vielleicht hätte ich dann drei gehabt oder noch mehr keine Ahnung, aber zwei reicht mir vollkommen aus muss ich dazu sagen so, als Wunsch Legend hätte ich jetzt ganz gerne, da ich bei Ruffy wie gesagt gespielt habe ich sage jetzt einfach mal, als Wunsch Legend hätte ich ganz gerne Six Star Emil weil der einfach nice ist, also würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ich den bekomme ansonsten habe ich eigentlich groß keine Ansprüche, ich sage mal prinzipiell über einen 9 würde ich mich freuen wenn es zwei Dupes wären, werde ich leicht mad, aber komm wir machen das Beste draus okay ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich denn jetzt hier als erstes ziehe ja als erstes machen wir erstmal den Pfeffer hier, das ist nämlich kein Legend gewesen das war halt, weil ich in dem Top 2000 war oder so so, jetzt muss ich gucken, Ultimate war die 2, 3, genau, okay, da müssen wir also oben ziehen ich kann euch jetzt nicht sagen, was ich jetzt bekommen kann oder so das müsste vom Zorro die Geschichte sein also war da glaube ich Fujitora, Aokichi, Hodi, ich glaube Hodi war drin, ich weiß es nicht ich lasse mich einfach mal überraschen, ich gehe jetzt mal davon aus, das wird ein Lube werden weil die meisten davon hatte ich auf jeden Fall schon und das sind eigentlich nur 2 oder 3, wo ich jetzt sage, brauche ich nicht so, und wir ziehen durch, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert, Leute ich habe schon wieder Schweiß, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert und ich bekomme, nice, Fuji, Fuji ist neu, oh mein Gott, geil Leute, das ist mein erster, mein erster Admiral, WTF, nice, alter Alter, Fuji, ich finde den immer noch extrem Baba, alter Nice, alter, das finde ich natürlich jetzt richtig geil und er ist auch Powerhouse, nice, nice Oh, nice, alter, nur für den hat es das jetzt schon gelohnt, alter Oh mein Gott, so, jetzt bin ich gespannt, Leute Aus diesem Badge, es gibt 13 Charaktere und ich habe davon gerade mal 2 Sprich, ich habe eigentlich eine über 90%ige Chance, was Neues zu bekommen Die Frage ist bloß, wenn, was Ziehen wir durch, okay Leute, komm schon, gib mir irgendwas Bloß kein Dupe, bloß kein Dupe, oh nein, Össer Ist neu, finde ich aber jetzt von den Legends, muss ich offen und ehrlich dazu sagen Die da jetzt zur Auswahl standen, einer mit der schlechteren Shit, alter Aber ich habe, siehs mal so, es sind 2 Gratis Legends, es sind 2 neue Legends Deswegen kann man sich nur drüber freuen eigentlich, also komm her, Gott ist ab, man Komm her Ich habe zwar was Neues bekommen, hat sich für mich sehr gut gelohnt, das Blitz Battle Okay Leute, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute eingeschaltet habt Und ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen Und das war, schaut rein und wir lieben bis zum nächsten Mal